Der Wordseed-Podcast. Du bist Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet Dich als Therapeutin und Coach auf Deiner Lebensreise. Bist Du bereit? Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass Du heute wieder mit dabei bist und wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Deswegen, heute soll es darum gehen, wie Du Dir Deinen Alltag ab sofort, ab diesem Moment quasi erleichtern kannst. Damit Du mehr Leichtigkeit spürst, damit Du optimistischer bist, dass Du Dich einfach freudig, fröhlicher fühlst und einfach mehr Spaß im Alltäglichen hast. Darum wird es heute gehen. Es ist mir super wichtig, weil die Herbstzeit kommt. Es wird so ein bisschen grummeliger draußen. Obwohl es auch teilweise echt schön ist, wenn die Sonne rauskommt und ein bisschen Laub schon da ist. Es hat auch echt etwas sehr, sehr Schönes, finde ich. Und ich möchte mit Dir heute teilen, wie Du Dir den Alltag einfach mal ein bisschen cooler gestalten kannst. Also, hol Dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's! Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ich weiß gar nicht warum, ich freue mich so sehr, diese Podcast-Folge für Euch aufzunehmen. Ich konnte es heute kaum erwarten, mich jetzt hier endlich hinzusetzen und Euch so ein bisschen, wir haben wieder mit, in meine Welt zu nehmen und ein bisschen Zeit mit Dir jetzt hier zu verbringen. Es ist gerade, ich bin total vorfreudig. Und möchte mich ganz, ganz herzlich bei Euch bedanken für Eure so coole Resonanz auf die letzte Podcast-Folge zum Thema Ego. Ich habe einige Nachrichten bekommen und ich habe mich wahnsinnig wie immer gefreut. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß es so sehr zu schätzen. Deshalb hört Ihr es hier vielleicht fast hier eine Podcast-Folge, dass ich mich bedanke. Aber ich freue mich wirklich so sehr darüber. Und was ich so interessant finde, es kommen echt häufig Nachrichten von Euch und von Menschen, die mir schon häufiger geschrieben haben, wo ich schon weiß ungefähr, ah, wer das ist und dass die Person schon häufiger eine Podcast-Folge gehört hat oder auch schon bei dem einen oder anderen Kurs dabei war. Und ich habe es tatsächlich häufiger jetzt, dass Menschen mir schreiben, oh, das ist genau mein Thema oder es passt gerade so gut oder danke, das habe ich gerade gebraucht. Und ich finde es so schön, wie sich das irgendwie so stimmig fügt. Und ja, darüber freue ich mich einfach so sehr. Worüber ich mich noch freue, auf Eure unfassbare Resonanz auf den Online-Kurs Fragetechniken von A bis Z. Vielen Dank für Eure Nachrichten, für die Wertschätzung. Und mich haben jetzt schon Nachrichten erreicht, dass ihr den Kurs so feiert und dass, selbst Coaches haben mir schon geschrieben, hey, dieser, ein paar Strategien habe ich jetzt erkannt und ja, da total die Motivation hinter ist, dass sie jetzt verstehen, warum frage ich bestimmte Sachen, weil die Zeit nehme ich mir im Coaching nicht immer, auch noch jede Technik zu erklären, die ich anwende. Das ist irgendwie total cool und ich freue mich darüber und ja, also Fragetechnik von A bis Z ist echt etwas, was sich nachhaltig lohnt, weil du es echt in jedem Lebensbereich anwenden kannst und auch das kann dir natürlich deinen Alltag fundamental erleichtern. Also wenn du noch dabei sein möchtest und noch nicht dabei bist, dann rutsch noch mit rein. Ich wünsche dir auf jeden Fall unendlich viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. So, heute soll es ja darum gehen, wie du dir deinen Alltag erleichtern kannst. Warum soll es darum heute gehen? Weil ich ein Genie darin war, mir meinen Alltag extrem schwer zu machen. Also ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die es irgendwie schaffen, sich das Leben selbst sehr, sehr schwer zu machen. Ich gehörte in der Vergangenheit dazu, mache es manchmal immer noch, wenn ich hier völlig in meinen Brainfuck eintauche. Aber ich bin schon richtig gut geworden. Und deshalb möchte ich heute mit dir so ein paar Strategien teilen, wie du mehr Leichtigkeit in deinen Alltag holst, weil ich gerade das Gefühl habe, wir brauchen mehr Leichtigkeit, wenn ich so verfolge, was in den Nachrichten los ist. Und ich möchte es hier gar nicht so groß machen, das Thema, weil es schon so groß in unserem Alltag ist. Ich möchte es aber auch nicht totschweigen. So die ganzen politischen Themen, Klimawandel, Energie, Krise und ja, Ukraine, Krieg etc. Das sind unendlich viele Themen. Pandemie, die Pandemie, alles wird teurer etc. pp. Ihr kennt sie, ich muss es jetzt hier nicht nochmal ausschmücken. Und das sind genug Gründe, um sich den Alltag mal so volle Kanne ein bisschen zu erleichtern. Und ich möchte mit dir auch teilen, wie ich darauf gekommen bin. Vielleicht folgst du mir in den sozialen Medien, bei Instagram, LinkedIn, Facebook oder wo auch immer. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass ich letzte Woche für zwei Tage in Berlin war zur Fortbildung. Ganz kurz, weil viele auch oft interessiert, oh Lisa, was machst du für Fortbildung und so weiter. Erzähl ich euch mal kurz. Für all diejenigen, die es nicht interessiert, ein bisschen vorspulen und dann geht es weiter. Ich habe eine Fortbildung zum Permalied gemacht. Das kommt aus der positiven Psychologie, um genau zu sein aus dem Positive Leadership. Und da geht es um stärkenorientiertes Führen. Es geht ganz viel darum, wie man Führungsstil analysieren kann, welche Faktoren erfüllt sein müssen quasi, dass es einen signifikanten Unterschied macht, was zum Beispiel krankheitsbedingte Fehlzeiten angeht oder Zufriedenheit oder Burnout-Risiko etc. Also es werden in den Studien ganz viele Parameter untersucht, um zu gucken, was braucht es an Führungsstil. Und das habe ich gelernt und da gab es ganz viele Studien. Es ist total interessant, es wird total viel geforscht, gerade bei dem ich das gelernt habe. Der ist Doktor der Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Und es geht um ganz viele Merkmale und Faktoren, die erfüllt sein müssen. Man kann Management-Kompetenzen zum Beispiel auch messen oder karriereförderliche Skills und so. Also es war schon echt interessant. Und den Theorie-Teil habe ich jetzt gemacht, jetzt geht es in die Praxis, jetzt setze ich das ganz viel um. Genau, deshalb war ich letzte Woche für zwei Tage in Berlin. So, und die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Ich bin mit dem Zug nach Berlin gefahren, bin hier in Hannover eingestiegen, so um 6.18 Uhr, um ganz genau zu sein. Also schon in der Früh, möchte ich dazu sagen. In der Früh, also das ist früh, sehr früh. Um nicht zu sagen in der Nacht. Genau, um 6.18 Uhr fuhr mein Zug und ich bin dann da in den ICE gestiegen, habe mich hingesetzt. Ich sitze meistens so im Ruheabteil, wenn es geht. Also wenn ihr mich mal im Zug finden wollt, guckt im Ruheabteil. Naja, ich habe mich da jedenfalls hingesetzt und da war so eine Vierersitzgruppe frei. Wisst ihr, welche ich meine, wo man sich so gegenüber sitzt mit diesem Tisch in der Mitte. Da saß ich alleine und dann kamen zwei Herren mit weißen Hemden, ziemlich abgerockt irgendwie in den Zug, mit sauviel Gepäck. Von wegen, Frauen haben immer viel mit. Und diese beiden Herren, ja, waren so ein bisschen durch den Wind, hatte ich den Eindruck. Ich habe das ein bisschen beobachtet. Und dann kam einer ziemlich gestresst zu mir und hat gesagt, ja, unsere Sitzplatzreservierung wurde uns weggenommen. Und da sitzt jetzt jemand anderes und können wir jetzt uns zu ihn setzen. Und früher hatte ich reagiert, dass ich gesagt habe, naja, müssen Sie doch was sagen. Geht doch nicht. Und jetzt habe ich ihn angelächelt und ihn angeschaut und habe gesagt, super gern, kommen Sie gern zu mir. Sie sind herzlich willkommen. So, dann haben Sie Ihre 3000 Taschen gefühlt irgendwie weggestopft. Und dann haben Sie sich hingesetzt, sich so ein bisschen akklimatisiert, haben gesagt, boah, wir sind so müde. Wir kommen gerade von einer Messe. Deshalb haben wir auch so viel Zeug dabei. Also gefühlt hatten die ganzen Messestand dabei. Das war so krass. Und wir kommen gerade aus dem Nachtzug aus der Schweiz. Und da habe ich gesagt, wow, okay. Und wir sind echt müde. Und ich so, ja, dann können Sie sich ja vielleicht hier ein bisschen ausruhen und waren auch super nett. Und naja, und dann hat er eine Zeitung gelesen, weil er doch nicht schlafen konnte. Der andere hat dann geschlafen, so kurz. Ich habe ein bisschen am Laptop gearbeitet und irgendwann ging die Sonne so ein bisschen auf. Und der Himmel war richtig, richtig schön. Und der Mann, der neben mir saß, den stupste ich an und habe gesagt, schauen Sie mal, wie schön der Himmel ist. Und er war so begeistert. Da haben wir uns über diesen Himmel und die Natur unterhalten. Er hat sich richtig doll darüber gefreut. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich nicht gedacht hätte, dass er sich jetzt so darüber freut, weil es von mir aus, ich habe mich selber erschrocken, dass ich ihn antippe und sage, oh, schauen Sie mal, wie schön der Himmel ist. Aber weil ich so begeistert selbst war, habe ich sehr aus dem Affekt gehandelt. Und danach habe ich erst darüber nachgedacht, wie er vielleicht, dass er das vielleicht komisch finden könnte. Naja, wir haben uns dann jedenfalls beide gefreut. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Der andere Herr ist dann auch wach geworden und sie erzählt mir, dass sie Physiker sind und aus der Doktorarbeit ein Start-up gegründet haben und auf der Messe waren, um ihr Produkt zu präsentieren und so weiter und so fort. Und wir haben uns über Business unterhalten, über die Natur, über Klimawandel, über sämtliche Themen. Und es war super spannend, was sie so zu berichten hatten. Und was ich dir damit sagen möchte, aus so kleinen Situationen werden dann irgendwie so richtig, richtig schöne Begegnungen. Und irgendwann stupste mich der Herr neben mir an. Ich habe dann gelesen kurz und er hat gesagt, oh, schauen Sie mal, wie schön das jetzt mit dem Nebel aussieht. Und da haben wir uns beide wieder richtig gefreut. Und parallel zu uns war auch nochmal so eine Vierergruppe, also mit vier Sitzen und dem Tisch. Und da saß auch ein Herr und hat gesagt, oh, bei mir auf der Seite sieht es auch richtig schön aus. Und da haben sich irgendwie alle gefreut, dass es so schön aussieht draußen. Und es sind so Kleinigkeiten. Hat das für irgendjemanden Mehrwert? Also wenn man sich das jetzt kommunikativ anguckt, die Information als solche, ein bisschen vielleicht, ist es von der Relevanz, wenn man es ganz analytisch betrachtet, ist es nicht ultra relevant. Aber wenn man sich das auf emotionaler Ebene anguckt, hat die Kommunikation eine wahnsinnig hohe Relevanz. Und durch die Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, kommt so viel zurück. Nicht immer, aber immer öfter. Und wenn ich hier einkaufen gehe, und es sind ja immer wieder die gleichen Menschen, die dort in den Einkaufsmärkten arbeiten. Ich grüße die, man erkennt sich mittlerweile wieder und das ist irgendwie nett. Oder wenn ich dann da beim Bäcker stehe und wir haben so einen kurzen Smalltalk, einfach durch Anerkennung, weil ich mich dann bedanke oder ach Mensch, schön, Sie wiederzusehen. Wie geht es Ihnen? Ich frage das tatsächlich, weil man sich schon so häufig gesehen hat. Und damit mache ich mir den Alltag leichter. Wie begegne ich Menschen? Wie kommuniziere ich mit Menschen? Lächle ich Menschen an? Wie begegne ich ihnen? Und bin viel in der Beobachtung. Und es ist so schön, wenn man den Menschen offenherzig begegnet. Wie gesagt, vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, naja, dann müssen sie doch was sagen, ist doch ihr Platz. Das hätte wahrscheinlich dann noch für Unfrieden gesorgt. Also in Häkchen, natürlich, wenn man das so betrachtet, steht der Sitzplatz zu. Ich verstehe auch nicht richtig, warum sie nicht nachgefragt haben. Aber ich profitiere ja davon. Ich hatte ein richtig nettes Gespräch. Es war irgendwie total, ja, total nett. Es war total schön. Und sie haben mir dann noch, wollten mir noch einen Kaffee ausgeben. Oh, ist ja so ein netter Applausch. Wir haben Visitenkarten ausgetauscht irgendwie. Es war irgendwie total, total cool. Sie haben mir irgendwas von Physik erzählt, was ich leider nicht so richtig verstanden habe. Aber es war echt eine schöne Begegnung. Und ich glaube, auf uns warten so viele schöne Begegnungen da draußen, weil es so heilsam ist, in Zeiten wie diesen sich irgendwie so herzlich zu begegnen. In der realen Welt, aber auch irgendwie in der Online-Welt, dass wir uns in Liebe und Frieden begegnen. Gerade in diesen Unruhezeiten sind die Gemüter oft so aufgehitzt. Es wird gemeckert und gejammert, was das Zeug hält. Und ja, teilweise natürlich absolut mit Recht. Aber die Frage ist, was bringt es dir, wenn man sich das hormonell wirklich mal anguckt, dieses Jammern und Meckern, wie mies das einfach auf unser Gehirn und auf unser Hormonsystem wirkt. Und wie sehr wir die Faktoren erhöhen und auch die Risiken für mehr Ängste, mehr Sorgen, auch so depressive Verstimmungen oder gar Depressionen, Angst- und Panikattacken und so weiter. Wie gesagt, ich möchte hier keine Angst machen, aber ich möchte es einfach mal bewusst machen, weil wir oft so dahin jammern. Und mit jedem, mit dem wir uns treffen, geht es dann um diese Themen. Und es macht es echt nicht besser. Um Goethe zu zitieren, getretener Quark wird breit nicht stark. Es wird einfach nicht besser. Und sich eher darauf zu fokussieren, was sind gerade so Projekte, was macht Freude, was macht Spaß und so weiter. Und da auch, ja, sich auf die schönen Sachen zu fokussieren. Und damit meine ich nicht, und das ist mir jetzt ganz wichtig, diese toxische Positivität. Aber wir schieben jetzt mal alles, was ein bisschen störend und ein bisschen blöd ist zur Seite, sondern sehen jetzt nur noch, es ist alles schön, ich schiebe alles Negative weg. Darum geht es mir überhaupt nicht. Und Menschen, die schon länger den Podcast hören, wissen das. Für alle, die neu dazugekommen sind, natürlich soll es auch darum gehen, was nicht so schön ist. Die Dinge zu betrachten und es einmal auszusprechen. Deshalb ist ja so mein Credo auch, du hast fünf Minuten Jammerzeit am Tag. Jammer, was das Zeug hält. Aber wenn die fünf Minuten um sind und du von keinem anderen dir irgendwie mal zwei oder drei Minuten leihen konntest oder abzwacken konntest, dann war es das nach fünf Minuten. Und es kommt ja auch darauf an, wie reden wir über Herausforderungen, Probleme, Krisen und so weiter. Wir können es auf den Punkt bringen, den Ist-Zustand, um uns dann mehr und mehr den Soll-Zustand anzukommen. Wie soll es sein? Was können wir tun? Welche Strategien können uns helfen? Um da mehr hinzukommen. Weil das, was wir da tun mit diesem ganzen Negativgelaber, muss ich echt sagen, ist so toxisch. Es ist so energieraubend. Und gerade in diesen dunklen Jahreszeiten fehlt uns oft auch ein bisschen mehr Energie, weil das Sonnenlicht fehlt und es wird dunkler und so weiter. Wir kennen es. Licht macht ganz, ganz viel mit unserer Stimmungslage. Und da ist es so wichtig, worüber sprechen wir? Und ein Hinweis, den ich dir da gerne geben möchte, ist, du kannst gerne darüber sprechen, was du nicht so toll findest, ob es jetzt in deiner Arbeitswelt ist und so weiter. Auch da merke ich, wird ganz viel gejammert und gemeckert und es werden Schuldige gesucht und das System ist scheiße. Und ich denke mir immer, wir müssen gucken, was können wir gerade heute beeinflussen? Und heute werden wir das, weiß ich nicht, das Wirtschaftssystem, das Gesundheitssystem oder, oder werden wir heute an diesem Tag nicht komplett ändern können. Aber wir verschwenden extrem viel Zeit und Energie darauf, irgendwie, ja, das zu debattieren und auch wirklich auch nicht konstruktiv zu debattieren. Das ist ja oft das Problem. Und die Frage ist ja, womit wir uns heute in dieser Podcast-Folge ja auch beschäftigen wollen. Und was kannst du heute tun? A, hatten wir ja schon, den Menschen offen und in einer liebevollen, respektvollen und, ja, aufgeschlossenen Haltung begegnen. B ist, und das stelle ich echt oft fest, anstatt zu sagen, was du nicht möchtest, weil das ist ganz interessant, wenn Menschen Wünsche oder Bitten formulieren, sagen sie oft, wie sie es nicht mehr haben möchten. Das hat mit der Neurologie zu tun. Und das macht unser Gehirn sehr intuitiv so, da gibt es viele Erklärungen für. Aber da wollen wir heute nicht so sehr darauf eingehen, sondern uns viel mehr angucken. Wir sagen dann ja, ich möchte nicht mehr das, ich will nicht mehr das und es ist kein Auftrag. Und das habe ich ganz oft auch, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Ja, Lisa, ich spreche es immer wieder an und es wird gar nicht besser. Es bringt gar nichts, darüber zu sprechen. Stopp, stopp, stopp. Die Art und Weise, wie du bisher es kommuniziert hast, das war wahrscheinlich in der Vergangenheit offensichtlich nicht erfolgsversprechend oder erfolgsführend. Und dann ändere die Strategie, anstatt alles wieder auf den Kopf zu stellen und zu sagen, ja, bringt ja alles nichts. Achte bitte mal drauf, ganz bewusst, wie oft du dir Dinge in Negativformulierung wünschst. Also, dass du sagst, ich möchte nicht mehr das und das und ich wünsche mir. Und es ist ein absoluter Gamechanger, wenn du es formulierst, was du möchtest. Was möchtest du stattdessen? Was wünschst du dir? Weil erst damit können deine Mitmenschen auch was anfangen und du selbst übrigens auch. Achte auf die Art und Weise, was du dir wünschst und worum du bittest. Ja, ich möchte nicht mehr, dass sie jeden Morgen zu spät kommen. Na, was willst du denn stattdessen? Das ist ja noch kein Auftrag. Das gilt auch in der Kommunikation mit Kindern. Ja, du sollst nicht immer die Tür knallen. Vielen Dank, dass du die Tür geschlossen hast. Ich wünsche mir, dass du es oder ich bitte dich darum, es nächstes Mal leise zu tun. Zum Beispiel, sag, was du willst, statt was du nicht willst, weil das ja noch kein Auftrag für den anderen ist. Zweiter Punkt. Womit du dir den Alltag noch erleichtern kannst, ist mit der Art und Weise, wie du in den Tag startest. Sprich, wenn der Tag morgens schon extrem hektisch wird, zieht sich das ganz oft durch den Tag, dass du dir wenigstens fünf Minuten in der Früh für dich nimmst, um entweder einen ganzen Ruhe oder einen Kaffee oder einen Tee zu trinken oder was auch immer, morgens im Bad ganz in Ruhe dich fertig zu machen oder was du morgens für dich brauchst. Aber dass du mal darauf achtest, wie startest du denn in den Tag und mit welcher Haltung gehst du in den Tag? Wenn ich mit der Haltung in den Tag gehe, oh, das wird bestimmt super stressig und mal sehen, ob das überhaupt alles so klappt und ob ich da überhaupt mich motivieren kann. Ich habe eigentlich gar keine Lust und ja, ich bin ja auch so spät ins Bett gegangen. Gestern eigentlich bin ich auch total müde. Jetzt wo ich drüber nachdenke, oh ja, ich bin richtig müde und es wird alles nichts. Und ah, mal gucken und genau so wird dein Tag. Eine selbsterfüllende Prophezeiung, es wird genau so, wie du es quasi voraussagst. Du hast eine größere Macht auf deinem Tag, als du denkst. Und es ist tatsächlich so spannend, so interessant, weil genau das passiert ja letztendlich, was du dir irgendwie zurechtlegst. Es ist immer die Art und Weise, wie du es sagst. Du bist dein eigener, deine eigene Lebensarchitektin, dein eigener Lebensarchitekt. Mach es dir immer wieder bewusst, du bestimmst, wie dein Tag wird, wie viel Bühne du bestimmten Themen auch bietest oder nicht. Und das Interessante ist ja, wenn wir uns mal angucken, Menschen, die gerne Geburtstag haben, wie ich zum Beispiel. Ich habe super gerne Geburtstag. Für mich ist mein Geburtstag immer ein richtig schöner Tag. Ich freue mich darüber. Für manche mag es vielleicht auch anders sein, aber falls es dir auch so geht und du ein besonderes Gefühl an deinem Geburtstag hast, dann denk mal bitte an deine Geburtstage zurück. Du fährst irgendwie morgens zur Arbeit oder wo auch immer hin und du hast irgendwie einen positiven Tag, weil du deinen Fokus wirklich so straight auf das Positive lenkst. Du freust dich hier drüber, du freust dich darüber, du fühlst dich irgendwie besonders. Und es liegt ja einzig und allein an deiner Einstellung. Oh, heute habe ich Geburtstag, heute ist ein richtig schöner Tag und ich freue mich, dass dann noch eine Freundin oder ein Freund oder die Familie kommt und ich freue mich auf dies, ich freue mich auf das. Und dann vielleicht der Tag auch nach deinem Geburtstag, falls du da frei hattest und dann wieder zur Arbeit fährst, freust du dich vielleicht, weil deine KollegInnen dir gratulieren oder so oder dies oder das. Und der Tag ist richtig positiv. Es ist aber, wenn man so will, und das meine ich echt nicht böse, aber ein Tag wie jeder andere. Du machst ihn dir nur sehr positiv durch deine Einstellung dem Tag gegenüber oder wenn irgendwas geplant ist, dass du sagst, oh, ich behandle heute, bei mir war es den und den Patienten und da freue ich mich total drauf, weil sieben, was er so berichtet, wenn ich den länger nicht gesehen habe. Und dann freue ich mich den ganzen Tag darauf. Und es zieht sich so durch den Tag oder ich habe irgendwas Schönes vor und all das machen wir ja selbst, dass wir uns den Alltag selbst erleichtern und dass du dich selbst mal fragst, hey, was, so diese kleinen Dinge im Alltag, was bereitet mir denn total Freude? Oder was ich auch häufig mache, wenn ich Menschen eher unregelmäßig im Coaching sehe, dass ich sage, hey, und ich würde mich total freuen, wenn du mir eine Nachricht schreiben magst oder eine Mail, wie das und das so gelaufen ist, wie es so war, weil ich mich dann mitfreuen kann. Und dann berichtet mir jemand, hey, es war total gut und das hat total geklappt. Ich habe mich total gut gefühlt in dem Gespräch oder wir haben total gute Rückmeldung bekommen oder jetzt gerade die Praxen, die ich begleite, mit den Stellenanzeigen, die mir dann schreiben, hey, Lisa, so und so viel Bewerbungen oder wir hatten jetzt ein Vorstellungsgespräch oder der Vertrag ist unterschrieben. Hey, Leute, ich freue mich wie verrückt. Und warum? Weil ich es ja ein Stück weit auch provoziert habe, indem ich sage, hey, ich würde mich total freuen, wenn du Zeit findest und mich auf diesem Weg so ein bisschen mitnimmst, indem du mir schreibst, wenn du Lust hast, wenn ich, ist auch völlig fein, ich überlasse das den Praxen auch. Und dann freuen wir uns halt zusammen darüber. Und diese Inseln der Freude sind es, glaube ich. Und es müssen nicht immer die riesigen Dinge sein, sondern irgendwie die kleinen Dinge. Weiß ich nicht, geh raus, spazieren, sehen Eichhörnchen und sag so für mich schon noch, hat es dir schon gelohnt, rauszugehen. Wie cool. Oder, ja, hab irgendwie eine nette Begegnung oder tu etwas für mich oder freue mich auf irgendetwas. Und das sind so Sachen zwischen all dem, was im Alltag auch echt nicht so geil läuft, auch bei mir nicht, worüber ich mich aufrege oder was ich mir anders gewünscht hätte. Sind es trotzdem die Sachen, die ich entscheide, wo ich sage, okay, ich entscheide mich dafür, mir einen schönen Tag zu machen und mich über XY zu freuen und den Menschen auch genauso zu begegnen. Den Menschen auch zu fragen, wie es ihnen geht, die ich schon häufiger irgendwie gesehen habe oder irgendwie ins Gespräch zu kommen oder einfach mit einer fröhlichen Haltung zu begegnen. Und genau das macht es aus, die Haltung, die du inne hast. Weil ich glaube halt, das, was du ausstrahlst, kommt auch irgendwie zu dir zurück. Du erntest, was du siehst. Wir hatten es schon 3.576 Mal. Und damit machst du dir den Alltag echt leichter. Und es bedeutet gar nicht, du tust allen Menschen gefallen und so weiter, sondern du bist in einer bestimmten Haltung, die du in diese Welt bringst. Und das ist halt, ich kann es echt nicht oft genug sagen, aber das sind halt die Dinge, diese kleinen Dinge im Alltag, die deinen Alltag im Großen und Ganzen einfach ein bisschen, bisschen leichter machen. Und manchmal auch sehr, sehr viel leichter. Oder jetzt, wo es so dunkel draußen war und ich dachte, boah, es ist ja dunkel draußen, es ist ja irgendwie, boah, ist ja, boah, ist das blöd. Gar keine Sonnenstrahlen mehr und oh, jetzt wird es so dunkel und so regnerisch. Und dann hat es so geregnet, es war so ungemütlich, der Wind war hier so am Pusten. Und ich dachte mir morgens schon, oh Gottes Willen, ich bin so müde. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe an meinem Platz, wo ich immer journal, mein Holy Place, oder wie meine ganz liebe Freundin sagt, Holti Place, da habe ich mir Kerzen angemacht und da ist mir mal wieder bewusst geworden, ich hatte sehr lange die Kerzen nicht an, dort an meinem Platz, weil im Sommer mache ich die Kerzen einfach nicht an. Wie gut die riechen, das hat so gut gerochen, wie schön das aussah und mir ist so bewusst geworden, wie gerne ich Kerzen mag. Habe ich noch den Diffusor angemacht, ich habe es mir richtig nett gemacht, ich dachte, oh ist ja richtig gemütlich jetzt. Habe mir so viele indirektere Lichter angemacht und ich habe es mir selbst wieder nett gemacht. Oder mir überlegt, jetzt wird es so herbstlich, was kann ich mir noch Gutes tun? Oder habe ich mir eine richtig schöne Gemüsesuppe gemacht und die war so heiß und als ich dann von draußen reingekommen bin und so eine warme Suppe gegessen habe, das war irgendwie auch ein schöner Moment für mich. Und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe überlegt, vielleicht kann ich mir hier auch noch mal so eine Kerze anzünden oder so ein indirektes Licht anmachen, dass das Ganze so ein bisschen gemütlicher ist, statt irgendwie die Stadionbeleuchtung. Ich habe mich gefühlt morgens eine Sonnenbrille brauche, weil ich noch so müde bin. Und mir dann auch schon manchmal morgens zu überlegen, auch wenn ich mich wahnsinnig auf meine Arbeit freue, was mache ich denn am Nachmittag oder am Abend Schönes? Und dann gucke ich mir das und das an und dann habe ich eine interessante Doku entdeckt und denke mir, oh, der macht es mir richtig nett heute Abend und gucke mir die an oder freue mich, dass ich ein neues Buch anfange oder einfach jemanden mal wieder anzurufen und mit jemandem zu erzählen oder, 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 dass ich es mir selbst nett mache und mich dann den ganzen Tag darauf freue, der Person oder der Person dann in Ruhe eine Sprachnachricht zurückzusenden oder mir die dann anzuhören, die ich bekommen habe oder mir einen Podcast anzuhören, das mir irgendwie richtig gemütlich zu machen. Das sind so die Kleinigkeiten, die im Alltag aber doch eine Menge ausmachen. Und dazu möchte ich dich einladen, es dir selbst richtig schön zu machen, dir deinen Alltag selbst zu erleichtern mit deiner Haltung und mit den kleinen Taten dir selbst und anderen gegenüber, weil es summiert sich wirklich massenweise, auch wenn du jemanden an der Kasse vorlässt oder, ja, wie gesagt, mit jemandem ins Gespräch kommst oder Wertschätzung aussprichst, es wird sich immer lohnen. Und genau dazu möchte ich dich einladen, dass du dir einfach selbst dieses Geschenk machst, weil du bist ein Geschenk für diese Welt und dieses Geschenk kannst du dir auch selbst machen, indem du es dir bewusst machst und indem du auch bewusst davon auch profitieren darfst und das ist irgendwie so schön, sich die Kleinigkeiten bewusst zu machen und genau darum geht es. Es geht darum, dass wir die Dinge bewusst tun, bewusst wahrnehmen, die kleinen Erfolge und Fortschritte im Alltag. Genau darum geht es. Mach es dir bewusst, weil das ist so das, was ganz, ganz viel verändert. Und überleg dir schon jetzt, was ist die eine Kleinigkeit, die du heute für dich tust oder wenn du morgens aufstehst, dass du dir überlegst, hey, was wird heute für mich für positive Emotionen sorgen? Was kann mir heute Freude bereiten? Dass du es dir mal bewusst machst, worauf könnte ich mich heute freuen? Und zack gehst du mit einer ganz anderen Haltung in den Tag. Ich sage nur Geburtstag oder irgendwelche anderen Festivitäten oder Dinge, auf die du dich einfach freust, dass du aufstehst und schon in der Haltung bist. Es wird richtig schön heute. Ich freue mich darauf. Und genau diese Haltung macht den Unterschied. Also mach dir den Alltag leichter und überleg auch, wie möchtest du mit bestimmten Dingen umgehen? Weil es ist ja auch deine Entscheidung, wie du bestimmte Dinge bewertest. Weil all das, was dir im Alltag begegnet, wird nicht immer schön sein. Du hast aber Gott sei Dank die Handhabe darauf, ob du dich jetzt den ganzen Tag darüber aufregst, den Dialog suchst, eine Lösung versuchst zu finden oder ob du dich dafür entscheidest, einfach darauf rum zu jammern und zu meckern und dich für dein Unglück entscheidest. Auch das ist eine Entscheidung. Genau. So. Das war es auch schon wieder, meine lieben Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation. Nächste Podcast-Folge, ich überlege gerade, ah, nehme ich wahrscheinlich noch in Deutschland auf. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Weil, wenn du die nächste Podcast-Folge nehme ich noch in Deutschland auf, aber am Ende der Woche, also wenn du das jetzt heute am Mittwoch hörst, Wochenende, geht es für mich in die nächsten Workations. Es geht in die Slowakei. Ich freue mich, ich war noch nie in der Slowakei. Ich bin total gespannt und vorfreue mich jetzt schon darauf. So. Und dann ist auch schon wieder Oktober. Es ist so Wahnsinn. Und kann ich ja gleich noch mal eine kurze Mitteilung geben. Fällt mir gerade ein, wo ich sage, dann ist auch schon wieder Oktober. Wenn dich interessiert, welche Bücher ich so lese und so weiter und es waren wieder Knallerbücher dabei, gibt es ja einmal im Monat das Video auf YouTube, Lese-Monat. Und dort zeige ich dir die Bücher, die ich gelesen habe und erzähle dir ein bisschen was darüber. Erfahrungsgemäß kommen diese Videos echt ganz gut bei euch an. Wenn du das noch nicht so entdeckt hast, kannst du da gerne mal vorbeigucken auf YouTube. Und ja, das war's. Ich mache mir jetzt einen Tee und kusche mich irgendwie gemütlich hin, glaube ich. Jetzt bin ich in so einer ganz gemütlichen Stimmung und sende dir herbstliche Grüße, herzliche und herbstliche Grüße aus dem schönen Hannover. Für dich von Herzen gedrückt. Tausend Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Tu dir selbst den Gefallen und mach dir den Alltag leichter, weil wenn du dir den Alltag leichter machst, werden alle anderen auch davon profitieren. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich. Bis nächste Woche. Ich freue mich jetzt schon auf dich. Fühle dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing